Guten Tag meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen heute Morgen, an diesem schönen sonnigen Freitag in Frankfurt zumindest mal, ich hoffe bei Ihnen daheim auch, zu dem heutigen Vortrag von mir bei den IB Days in Frankfurt. Heute geht es um den Stockbox-Service von WH Self-Invest. Mein Name ist Stefan Stanisawatz und ich werde Ihnen heute diesen neuen Service vorstellen, den wir anbieten. Wir, WH Self-Invest, sind ja schon seit 1998 am Markt in Deutschland, auch in Luxemburg, Frankreich, der Schweiz. Das heißt, über 20 Jahre kennen Sie uns schon und wir sind ja einer der ältesten und profiliertesten CFD, Futures und mittlerweile auch Aktienbroker. Das heißt, Sie können bei uns eine sehr, sehr große Bandbreite an Produkten handeln, über CFDs, die Forex-Paare, Futures und Optionen und auch seit neuestem Aktien- und Zertifikate. Und bei diesem Aktien- und Zertifikate-Angebot haben wir uns einen neuen Service überlegt, den wir unseren Kunden anbieten möchten. Das ist der sogenannte Stockbox-Service. Da geht es um einen Service, wo wir Ihnen echte Aktien mit an die Hand geben und Ihnen bei der Auswahl helfen. Und diesen Service möchte ich Ihnen heute näher vorstellen. Ja, der Stockbox-Service verwalten Sie Ihr Aktienportfolio effizienter. Das ist der Titel meines heutigen Vortrages und mit dem möchte ich auch gleich beginnen. Hier noch vorab der Risikohinweis, den ich Ihnen hier auch zeigen möchte und Ihnen diesen auch ans Herz lege. Wichtig hier zu nennen, dass die ausgewiesenen Erträge sind vorkostenberechnet. Vergangene Performance bietet keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Wir als Self-Invest-Camp-Position in diesen Werten halten. Die angegebene Informationen stammt aus dem, die als verlässlich eingestuft wurden, jedoch kann dies nicht garantiert werden. Ja, nun zum eigentlichen Service und zwar, was ist der Stockbox-Service? Und zwar ist das ein neuer Service, den wir anbieten von Seiten von WH Self-Invest, auf Basis objektiver und transparenter Kriterien ein solides Aktienportfolio aufzubauen. Das heißt also, wir haben Kriterien, die wir zum Grunde legen an Aktien und aufgrund von diesen Kriterien werten wir dann die Aktien aus und empfehlen dann diese unseren Kunden. Sie können, und das ist ja der Riesenvorteil von Ihnen, diese Informationen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, kostenlos zur Verfügung stellen, nutzen, um Ihr Portfolio entweder selbst zu verwalten oder aber Sie beauftragen, uns in Ihrem Namen das zu verwalten. Hier ein kurzer Überblick auf die verschiedenen Punkte, die ich dann heute hier behandeln werde in dem heutigen Vortrag. Einmal gehen wir darauf ein, was ist eine Stockbox überhaupt? Dann, warum sollte ich den Stockbox-Service überhaupt nutzen? Welche Vorteile habe ich davon? Wie funktioniert es genau, dieser Service? Dann möchte ich Ihnen die fünf Boxen im Überblick mal vorstellen. Da werden wir noch ein bisschen detaillierter reingehen. Auch uns mal den letzten Monat, den vergangenen Monat, August, explizit mal bei jeder einzelnen Box anschauen. Und dann möchte ich Ihnen natürlich auch dann sagen, was Sie tun müssen, um diesen Service zu nutzen. Und am Ende gibt es da noch ein Fazit von meiner Seite her. Ja, dann kommen wir zu dem ersten Punkt auch. Und zwar, was ist eine Stockbox? Eine Stockbox ist ein eigenständiges Aktienportfolio, bestehend aus zwischen sechs und acht Aktien. Das ist von Box zu Box unterschiedlich. Hauptaugenmerk legen wir hierbei hauptsächlich auf die stärksten Outperformer eines Aktienindex. Das heißt, die Aktien innerhalb eines bestimmten Zeitraums den größten Wertzuwachs aufweisen. Und schwächere Werte werden aus diesem Grund dann sehr schnell und kontinuierlich identifiziert und durch starke Aktien ersetzt. Also das ist die Grundidee dabei. Man ersetzt schwache Aktien durch starke Aktien aufgrund von Kriterien, die objektiv sind. Momentum spielt hier eine große Rolle bei der Bewertung der Kriterien also. Und daraufhin treffen wir eine Auswahl für die verschiedenen Boxen. Der Service, den wir Ihnen anbieten, dieser Stockbox-Service, ist eine preiswerte Lösung, um ein Aktienportfolio aufzubauen und jederzeit auf dem aktuellsten Stand zu handeln. Der ist in der Tat zum einen sehr, sehr günstig. Auf die Kosten kommen wir gleich noch zu sprechen. Er ist sehr einfach, also einfach im Sinne von für Sie einfach. Sie haben damit eigentlich keine große Arbeit. Er ist sehr transparent. Sie können jederzeit nachvollziehen, warum die einen Aktien rausgehen, die anderen Aktien reinkommen im neuen Monat. Er ist sehr effizient und er konzentriert sich hauptsächlich auf die großen Aktien der wichtigsten Merke, also hauptsächlich Blue Chips. Hier ist anzumerken, dass es sich nicht um eine Vermögensverwaltung oder einen Investmentfonds handelt, sondern vielmehr um einen administrativen Service, den wir Ihnen anbieten aufgrund von der Momentum-Theorie, die ich vorhin schon erwähnt habe, von dem Nobelpreisträger Eugene Farmer und Ken French. Momentum, um es mal ganz kurz runterzubrechen, besagt einfach nur, man versucht ja immer den idealen Zeitpunkt zu erwischen, wo man die Aktie zu dem günstigsten Moment einkauft und dann zu dem teuersten Moment verkauft, um quasi den maximalen Gewinn herauszuziehen. Doch die Realität sieht ja doch meistens sehr, sehr anders und ganz, ganz anders aus. Und Eugene Farmer und Ken French sagen schlicht und ergreifend, Die Idee ist es halt, eine starke Aktie relativ teuer zu kaufen, weil sie schon einen gewissen Momentum hinter sich hat, das heißt, sie ist schon gestiegen in ihrem Wert bis zu einem gewissen Wert, aber aufgrund des Momentums wird sie weiter steigen. Das ist die Idee dabei, man kauft die Aktie teuer ein, um sie noch teurer zu verkaufen. Und das ist quasi die Grundidee, die diesem Portfolio zugrunde liegt. Und die Einfachheit für sie liegt in der Tat darin, dass sie mit einem einzigen Klick pro Monat ihr Portfolio verwalten können. Dazu gleich noch mehr. Ja, dann der nächste Punkt, warum sollte ich die Stockbox nutzen? Hier haben wir dann mal die vier Punkte aufgelistet. Es ist kostengünstig, es ist einfach, es ist transparent und sie haben eine immense Zeitersparnis. Zeitersparnis ist ja ein nicht zu unterschätzender Faktor. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie das jetzt selbst machen wollten daheim, müssen Sie ja die ganzen Märkte nach bestimmten Kriterien scannen oder auch screenen halt. Und diese ganze Arbeit, dieses ganze Scannen und Screenen übernehmen wir für Sie. Das heißt, Sie haben dann diesen einzig besagten Klick zu erledigen, nachdem wir Ihnen dann per Mail das vorstellen, Ihnen quasi an Hand geben, unsere Empfehlungen, und Sie dann die Entscheidung haben, entweder tue ich es oder ich tue es nicht. Und das machen Sie einfach per einem einzigen Mausklick. Dadurch ist halt der Zeitersparnisfaktor hier ein nicht zu unterschätzender Faktor. Die Einfachheit, denke ich mir, ist damit dann auch erklärt. Die Transparenz sehen Sie auch und die kostengünstige Variante. Dazu aber gleich, wie gesagt, noch mehr, wenn wir auf die Kosten kommen. Und da sind wir auch schon bei dem Punkt der transparenten Kosten. Und Sie sehen jetzt wirklich im Vergleich zu einer Vermögensverwaltung beispielsweise den Riesenunterschied, auch in der Preisgestaltung. Was Sie zahlen, ist einmal die Setup-Gebühr. Das sind einmalig 155 Euro. Dann ist damit das Setup abgeschlossen. Das heißt, diese Gebühr fällt nie wieder an. Und dann hat jede einzelne Stockbox eine Gebühr von 10 Euro pro Monat. Und als einziger weiterer Kostenfaktor für Sie ist dann einfach nur die Order-Kommission. Und die sind bei uns jetzt, bei WH Self-Invest, wenn es in dem Bereich, wir sind auch sehr günstig bei den CFDs, bei den Futures, beim Forex-Handel und bei den Optionen. Da sind wir auch eigentlich unschlagbar günstig von den Preisen. Wir sind aber gerade im echten Aktienhandel, sind wir nochmals unschlagbar, behaupte ich, bei der Preisstruktur. Und das sehen Sie jetzt hier. Es fallen also einmal die 10 Euro pro Box pro Monat an. Und dann haben wir nochmal die Kommission für die jeweiligen Aktien, die Sie dann handeln. Und Sie sehen hier beispielsweise US-Aktien handeln Sie bei uns ab einem US-Dollar-Cent je Aktie. Das heißt, Sie kaufen als Beispiel jetzt nur für Sie 200 Aktien von IBM. Sonst haben Sie eine Order-Kommission bei WH Self-Invest von gerade mal 2 US-Dollar. Also es sind wirklich 1 Cent pro US-Aktie. Und in Euro sind es 0,09 Prozent. Ab 3,95 Minimum. Und es gibt keine Aufschläge in Form von einem Ausgabeaufschlag. Es gibt keine Performance-Gebühr, die Sie zahlen müssen. Es gibt keine Management-Gebühr, die Sie zahlen müssen, wie es bei vielen anderen der Fall ist. Sondern es ist in der Tat nur so, Sie haben einmalig diese Setup-Gebühr von 155 Euro. Und hinzu kommt dann einfach nur noch diese Gebühr von 10 Euro im Monat pro Box. Und halt die Order-Kommission, die Sie zu zahlen haben. Also Sie sehen, es ist sehr, sehr günstig und auch vor allem sehr, sehr transparent für Sie. Jederzeit nachvollziehbar von der Kostenstruktur her. Dann der zweite Punkt, die Einfachheit des Ganzen. Es ist also ein klares Konzept, was dahinter steht. Es ist ein klassischer Aktienhandel, der hier betrieben wird. Wir gehen nur ausschließlich Long-Positionen ein. Es wird keinerlei Hebelhandel passiert, also Handel ohne Margin. Und damit ist das Risiko auch für Sie nur sehr begrenzt. Und ganz wichtiger Punkt auch, es werden nur Blue Chips, der größten Marktindizes, gehandelt. Also Blue Chip, um es mal simpel runterzubrechen, Aktien mit einer sehr, sehr hohen Marktkapitalisierung. Also auch hier sehen Sie anhand von diesen Punkten hier, dass für uns so Ihre Sicherheit eigentlich im Vordergrund steht. Wir gehen es dann eher ein bisschen konservativer an, aber dafür mit einem sehr begrenzten Risiko für Sie. Der dritte Punkt, auf den ich vorhin auch schon mal kurz eingegangen bin, ist diese Zeitersparnis in Form von einem geringen Aufwand und eigentlich keinerlei Mühe für Sie. Es reicht in der Tat ein Klick pro Monat für Sie aus. Sie müssen keinerlei umfangreichen Analysen tätigen. Sie müssen keine Positionsgroße berechnen im Sinne von, wie handele ich jetzt oder wie viele Aktien muss ich jetzt kaufen, um die Position mit Summe XY einzugehen. Das entfällt alles für Sie, das übernehmen wir alles für Sie. Es ist keinerlei Handelsplattform für Sie notwendig und Sie haben jederzeit Kontrolle über das Ganze. Es ist eine sehr, sehr simple Form der Überwachung für Sie möglich, entweder über das Internet, das Web, das Tablet oder auch das Smartphone. Also Sie sehen hier, Sie sind dann auch in der Lage, von überall aus Ihr Portfolio jederzeit im Blick zu haben. Und das alles resultierte natürlich in der von mir vorhin schon angesprochenen hohen Zeitersparnis für Sie. Ja, jetzt gehen wir mal so ein bisschen mehr in die Technik jetzt hinein. Also wie funktioniert es eigentlich jetzt genau? Sie haben jetzt zum einen natürlich die Möglichkeit, erst mal dann Ihr Portfolio zusammenzustellen. Wir bieten insgesamt fünf Stockboxen an und Sie können sich dann eine oder mehrere Boxen aussuchen, die Sie von uns verwaltet haben möchten oder Vorschläge von uns haben möchten. Und dann erhalten Sie pro Box für jeden einzelnen Monat automatisch eine Übersicht über die Wertentwicklung von Ihrem Portfolio. Die neuen Outperformer werden dann von uns automatisch an Sie übermittelt und damit auch vorgeschlagen. Wir finden die für Sie heraus und schlagen Sie Ihnen vor. Und ein Klick, wie ich vorhin schon gesagt habe, reicht denn in der Tat aus für Sie, um die schwächeren Aktien Ihres Portfolios durch die neuen Outperformer zu ersetzen. Also nochmal kurz zusammengefasst, Sie wählen sich eine Box aus oder Sie wählen sich auch mehrere Boxen aus. Das ist dann Ihnen überlassen, ob Sie eine Box haben möchten, zwei Boxen, drei Boxen, vier Boxen. Sie erhalten dann von uns automatisch in jedem Monat eine Übersicht über die Performance von den Boxen, die Sie sich ausgesucht haben. Die neuen Outperformer schlagen wir Ihnen dann automatisch vor für die entsprechenden Boxen. Und Sie entscheiden dann selbst mit einem Klick, ob Sie den Vorschlag, den wir Ihnen tätigen, annehmen möchten. Oder ob Sie sagen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Sie sagen, nein, mir gefällt die Performance von meinem Portfolio. Also, ich denke mir mal, ich fahre besser im nächsten Monat, wenn es alles bleibt, wie es ist. Ich belasse es dabei. Also Sie sehen da auch, es ist keinerlei Zwang notwendig. Also es gibt keinerlei Zwang von uns, dass Sie das machen müssen, sondern Sie sind immer Herr Ihrer Entscheidung. Sie treffen immer selbst die Entscheidung, ob Sie den Vorschlag annehmen möchten oder ob Sie es lieber sein lassen möchten. Und wichtig nochmal an dem Punkt auch zu sagen für Sie, es reicht ein einziger Klick aus, um das Ganze ins Rollen zu bringen. Oder wenn Sie nicht klicken, bleibt einfach alles beim Alten. Ja, in der nächsten Folie dann nochmal der geringe Aufwand mit der keinerlei Mühe. Ein Klick pro Monat reicht aus und so würde das dann aussehen beispielsweise. Ich habe jetzt hier mal so einen Screenshot gemacht, wo Sie sich das wunderbar mal anschauen können. Und zwar haben wir hier als Beispiel mal die DAX 30 Outperformer Box genommen. Und Sie finden dann nachstehend die neue Zusammenstellung, der neuen Stockbox beispielsweise. Und hier sehen Sie dann die Werte, die drinnen waren und dann die Vorschläge nebenan. Und dann können Sie einfach unten entscheiden, ja, stellen Sie mein Portfolio auf die neue Zusammenstellung um. Oder nein, stellen Sie mein Portfolio nicht auf die neue Zusammenstellung um. Das heißt, Sie sehen hier, Sie sind hier jederzeit in Kontrolle, selbst zu entscheiden. Es ist nur ein Vorschlag von uns, also wir zwingen Sie zu nichts, sondern es ist nur ein Vorschlag von uns aufgrund von diesen vorhin schon erwähnten objektiven Kriterien. Aber es ist im Endeffekt Ihre Entscheidung, ob Sie das machen möchten oder nicht. Ja, dann kommen wir jetzt hier auch mal auf die einzelnen Boxen dann so langsam zu sprechen. Und zwar, Sie können Ihr Portfolio aus einer oder mehrerer Boxen zusammenstellen. Und zwar sehen Sie hier einmal die Box 1, das sind die Aktieempfehlungen von unseren Analysten. Die Box 2, das sind die MSCI Outperformer. Und die Box 3 sind die DAX 30 Outperformer. Die Box 4 sind die NASDAQ 100 Outperformer. Und die Box 5 sind die Rockets aus der EU, Europa und den USA. Nochmals, hier sehen Sie die 5 Boxen oben im Überblick. Und nochmal das Konzept, man kann es nicht oft genug sagen, ist die stärkste Outperformer eines Aktienindex. Das heißt, die Aktien, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums den größten Wertzuwachs aufweisen, reinzunehmen. Und schwächere Werte werden schnell und kontinuierlich durch diese Outperformer dann ersetzt. Hier sehen Sie jetzt mal so ein bisschen auch die Entwicklung der einzelnen Boxen. Auch hier unten dann erkläre ich Ihnen gleich mal diese Tabelle, die Sie jetzt gerade sehen, mit den ganzen Linien. Sie sehen hier, die blaue Linie ist die Box 1, die rote ist die Box 2, die wir anbieten. Die gelbe Linie ist die Box 3, die grüne ist die Box 4 und die lilafarbene die Box 5. Und wir setzen Sie natürlich dann, wir müssen irgendeinen Vergleichmaßstab ansetzen. Und Sie sehen, wir bieten jetzt diesen Service seit Oktober, November 2016 an. Wir haben uns jetzt mal über das letzte Jahr diese Performance angeschaut. Und wie Sie sehen können, hat jede unserer Boxen den MSCI Outperformt. Und wir sind jetzt, ich habe jetzt hier die Tabelle bis Juli gemacht. Sie sehen später auch den August in den einzelnen Boxen als direkter Vergleich. Und Sie werden dort auch sehen, dass wir mit jeder Box eigentlich besser liegen als mit dem MSCI World Index. Also Sie sehen, das macht Sinn, nach so einem Kriterium sich die Aktien auszusuchen. Also weg von diesem Idealbild, dass man sie zu einem sehr, sehr günstigen Zeitpunkt kauft und dann zu einem sehr, sehr teuren Zeitpunkt verkauft. Sondern wirklich dieses Momentum nach Eugene Farmer und Ken French, dieses man kauft teuer ein, um es halt noch teurer zu verkaufen. Also so diese Grundidee, die hier, um es mal simpel runterzubrechen, zugrunde liegt. Ja, jetzt kommen wir mal auf die einzelnen Boxen zu sprechen. Und auch so die Besonderheiten, die diese einzelnen Boxen auch haben. Ich sagte ja am Anfang schon, jede Box besteht zwischen 6 und 8 Aktien. Also das variiert dann auch von Box zu Box. Und wir fangen jetzt mal mit der ersten Box an, mit der Box 1, die wir anbieten. Das ist die Aktienempfehlung von Analysten. Und zwar diese Box hier, die Box 1, besteht aus insgesamt 8 Aktien. europäischen und US-Aktien. Und dies ist eine Auswahl und eine Zusammenfassung der Empfehlungen von Analysten von weltweit operierenden Finanzinstituten. Damit eine Aktie aufgenommen werden kann in unsere Box 1, müssen im Durchschnitt doppelt so viele Kaufempfehlungen vorherrschen, also mindestens 10 bei uns, wie Verkaufs- und Halteempfehlungen. Das ist das Kriterium, das wir beispielsweise hier auch mit zugrunde legen bei der Auswahl für das Portfolio 1, also für die Box 1, die Aktienempfehlungen von Analysten. Also nochmals, damit eine Aktie aufgenommen wird, müssen im Durchschnitt doppelt so viele Kaufempfehlungen, also mindestens 10 vorherrschen, wie Verkaufs- oder Halteempfehlungen. Hier sehen Sie jetzt auch dann die Gesamtperformance im August. 0,15% diesmal nur. Die beste Aktie im August ist gewesen die Apple-Aktie mit einem Plus von 9,99% und die Caring-Aktie mit einem Plus von 5,98%. Die schwächsten Aktien im August beispielsweise waren gewesen die Inc. Group mit einem Minus von 6,44% und die Philips-Aktie mit einem Minus von 2,81%. Und somit sehen Sie dann beispielsweise hier die neuen Aktien im September 2017. Die Deutsche Post beispielsweise ersetzt die Bayer-Aktie, die Sie hier sehen. Und dann die Alibaba ersetzt die Amazon-Aktie. Und ASML ersetzt die Philips-Aktie. Sie wundern sich jetzt vielleicht, die Inc., die hat doch schlecht performt, minus 6,44%. Ja, in diesem Monat. Aber wenn man dann so dieses Gesamtbild betrachtet, ist sie halt immer noch so stark, dass wir keine andere Empfehlung tätigen können. Also nicht wundern, es kann auch sein, dass eine Aktie drinnen bleibt, obwohl sie schwach in diesem Monat zumindest mal performt hat. Das ist aber dann auf das Gesamtbild gesehen immer noch eine sehr, sehr gute Aktie. Also nicht wundern, dass wir jetzt hier nicht immer eins zu eins die Schwachen gegen die Stärkeren austauschen. Es kann schlicht und ergreifend sein, dass es keine Stärkere gibt, als diese Inc. im Moment trotz ihrer schwachen Performance. Somit bleibt sie dann trotzdem drinnen. Die Box 2 sind dann die MSCI Outperformer. Auch hier wiederum acht Aktien aus Europa und den USA. Und die acht Aktien, die wir hier aussuchen, aus den über 600 Aktien, das sind die Aktien, die über die letzten fünf und zehn Jahre outperformt haben. Und die werden auf einer Basis, sagte ich vorhin schon, in einer dreimonatigen Outperformance des MSCI Indexes von uns ausgesucht. Die Gesamtperformance jetzt bei den MSCI Outperformer, wie Sie sehen, die wir jetzt nicht so erfreulichen, in diesem vergangenen Monat in dem August mit minus 1,51%. Auch hier beispielsweise war die beste Aktie Vertex Pharmaceuticals mit einem Plus von knapp 5% und die Nvidia Aktie mit einem Plus von 4,5%. Die schwächste Aktie beispielsweise war gewesen die Valiant Pharmaceuticals mit einem Minus von knapp 20% und die Ingenico Group mit einem Minus von 6%. Und hier sehen Sie dann beispielsweise, hier findet es dann statt, was wir bei der ersten Box beispielsweise nicht hatten mit der ING, die jetzt drin geblieben ist. Aber hier haben wir dann gesehen, okay, es gibt in der Tat deutlich bessere Aktien, die aufgrund des Kriteriums der letzten drei Monate beispielsweise performen. Und hier beispielsweise findet dann der Austausch statt, indem wir sagen, dass Ingenico ersetzt wird durch die VF Corporation, Elexion ersetzt Valiant Pharmaceuticals, Hermes ersetzt Heineken und Adidas ersetzt Nvidia. Sie fragen sich jetzt vielleicht ja, warum Nvidia? Die haben noch mit 4,5% gar nicht mal so schlecht performt. Zählt ja zu den besten Aktien im August 2017, ja. Ja, aber aufgrund des Kriteriums der letzten Monate, was wir zugrunde legen, sind wir der Meinung, dass die Adidas-Aktie besser performen wird als die Nvidia-Aktie und somit findet der Austausch statt. Also hier sehen Sie genau das andere Beispiel im Vergleich zur Box 1, wo wir quasi eine schwächere drin gelassen haben. Hier gehen wir hin und tauschen eine Aktie, die gut performt hat, gegen eine aus, die unserer Meinung nach noch besser performen wird. Also das gibt es auch. Hier habe ich mir jetzt mal eine Aktie ausgesucht, die wir da ein bisschen so einen Fokus drauf gelegt haben, und zwar die von Nvidia. Die hat ja plus 50% gemacht seit Anfang Mai diesen Jahres. Und ein paar Fakten auch für Sie, die vielleicht nicht schlecht sind. Das ist ein weiteres Rekordquartal bei Nvidia gewesen. Das Quartal 2 ist der höchste Umsatz der Firmengeschichte in einem Quartal, die Sie dort getätigt haben. Und das kursvierzige Kursziel von Analysten für diese Aktie wird mittlerweile auf 180 US-Dollar festgesetzt. Die 3-Monats-Performance dieser Aktie lag bei einem Plus von 57% und die Jahres-Performance der Aktie lag bei plus 160%. Also das sind schon Zahlen, die schon eine ganz klare und starke Sprache sprechen, hier im Fall von Nvidia. Ja, die nächste Box, die ich Ihnen zeigen möchte, das sind die DAX 30 Outperformer. Die Box besteht auch aus 8 Aktien, aber hier dann, wie gesagt, 8 Aktien aus dem DAX 30 Index. Und diese 8 Aktien werden auf Basis einer 3-Monatigen Outperformance des DAXes von uns ausgesucht und vorgeschlagen. Hier auch sehen Sie jetzt mal die Gesamtperformance dieser Box, der DAX 30 Outperformer, die lag im August bei einem Plus von 6,06%. Und hier beispielsweise sehen Sie jetzt mal links, wenn Sie sich jetzt links mal diese Tabelle anschauen, die ich hier im Bild habe, dort sehen Sie dann ganz klar, dort sind drinnen Adidas, Lufthansa, Allianz, Commerzbank, ThyssenKrupp, Bonovia, RWE und EON. Das sind die Aktien, die dort drinnen waren. Die beste Aktie im August 2017 in diesem Portfolio war gewesen, die Aktie von RWE mit einem Plus von 17,35% und die Lufthansa mit einem Plus von 16,03%, wobei hier der interessante Fakt auch anzumerken ist, die hatte im Vormonat Minus von 9,55% und hat dann jetzt im August ein Plus von 16,03% gemacht. Die schwächsten Aktien jetzt beispielsweise im August 2017 war die Aktie der Commerzbank in dem Portfolio und die Aktie von Adidas. Hier in diesem Portfolio wird dann einfach nur getauscht die Deutsche Post gegen Bonovia, also sprich Bonovia gegen die Deutsche Post, so rum ist es richtig. Die Deutsche Post kommt rein und Bonovia kommt raus und Sie sehen das auch immer hier schön an der linken Spalte bei der Tabelle, die ich dort eingefügt habe, Punkt 6, Deutsche Post. Also immer die Aktie oder der Name, der in Klammern hinten dran steht, ist die Aktie, die wir unserer Meinung nach rausnehmen würden und der Name davor ist der Name der Aktie, die dafür anstelle dessen kommt. Und Sie sehen auch hier beispielsweise bei den DAX 30 Outperformern schlagen wir vor Adidas und Sie sehen jetzt im Vergleich hierzu bei den MSCI Outperformern ist auch Adidas mit drin, also Sie sehen auch, dass eine Aktie in verschiedenen Boxen vorkommen kann. Also hier sehen Sie es nochmal, um es Ihnen nochmal zu zeigen. Hier bei der MSCI Outperformer, neue Aktie, wir sind der Meinung Adidas rein bei den MSCI Outperformern und Nvidia raus. Und wenn wir zurück auf die DAX 30 Outperformer gehen, sehen Sie auch, dort ist auch die Adidas Aktie drin. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass eine Aktie in mehreren Portfolios, in mehreren Boxen vorkommt. Ja, auch hier dann eine Aktie, die ich mir mal rausgepickt habe, um mal den Fokus ein bisschen draufzulegen, mit ein paar interessanten Fakten auch für Sie. Und zwar die Performance Year-to-Date, also seit Beginn des Jahres bis heute. Es ist ein Plus von 80 Prozent, die die Aktie hingelegt hat, die RWE-Aktie. Die Drei-Monats-Performance bis der letzten drei Monate war jetzt plus 39 Prozent gewesen. Und es ist der beste DAX-Wert im laufenden Jahr, bisher in 2017. Und hier sehen Sie jetzt mal einen Vergleich von der Box 3, den DAX 30 Outperformern. Im Vergleich, ich habe jetzt hier mal zwei Werte vom DAX hingelegt, einmal den DAX-Performance-Index und den DAX-Kurs-Index. Unterschied zwischen dem Kurs-Index und dem Performance-Index ist ja der, dass im Performance-Index die Dividende mit reinvestiert ist und das auch dann grafisch dargestellt wird, im Kurs-Index ja nicht. Und Sie sehen auch hier ganz klar, dass unsere Box von Beginn an in jedem Monat den DAX eigentlich Outperformt hat. Das heißt also, auch hier sehen Sie, dass das Kriterium, was wir zugrunde legen oder was wir als Anhaltspunkt nehmen für unsere Auswahl an Aktien so schlecht nicht sein kann. Wenn Sie sich das hier mal anschauen, glaube ich, spricht diese Grafik hier eine ziemlich deutliche Sprache. Ja, die Box 4, die ich Ihnen dann auch natürlich vorstellen möchte, das sind die NASDAQ 100 Outperformer. Auch hier wieder acht Aktien aus dem NASDAQ 100 Index und auch hier wird das gleiche Kriterium zugrunde gelegt, wie bei den DAX 30 Outperformern. Und zwar ist eine dreimonatige Outperformance das Kriterium der Wahl, was wir hier zugrunde legen. Und hier sehen Sie dann auch drinnen beispielsweise Paypal, Baidu, Regional Pharma, Vertex Pharma, NVIDIA, JD.com, Electronic Arts und Autodesk waren drinnen gewesen. und hier sehen Sie dann, was wir jetzt vorschlagen. Die hatte eine Performance von plus 1,32% im August und hier war die beste Aktie gewesen, die Vertex Pharmaceuticals mit einem Plus von 4,91% und Paypal mit einem Plus von 4,54%. Die schwächste Aktie war JD.com mit einem Minus von 8,5% und daraus ergibt sich dann folgende neue Empfehlung für den Monat September, also für den jetzt laufenden Monat, würden wir sagen, Regional Pharma wird ersetzt durch Elexion, Biogen ersetzt NVIDIA, Gilead Sciences ersetzt JD.com, Celgene ersetzt Electronic Arts und Norwegian Cruise Line ersetzt Autodesk. Auch hier, kurz mal für Sie, nicht um mal zu sehen, wie so einzelne Aktien dann auch performen, habe ich Ihnen jetzt hier mal Vertex Pharmaceuticals herausgepickt und hier sehen Sie auch, die 3-Monats-Performance war ein Plus von 33%, auch keine schlechte Year-to-Date-Performance sondern eine Plus von 116% die Vertex Pharmaceuticals an den Tag legt und sie ist der beste NASDAQ 100 Wert bisher in 2017. Auch hier sehen Sie die Box 4 jetzt mal im direkten Vergleich zum NASDAQ 100, Sie sehen jetzt im Moment gleicht sich das eigentlich ein bisschen an, aber auch hier können Sie ganz klar sehen, seit Beginn des Services, den wir Ihnen anbieten, sehen Sie ganz klar, dass Sie eigentlich auch immer den NASDAQ 100 Index outperformt hat. Ja, dann zu guter Letzt die letzte Box, das ist jetzt die erste Box, auch die einzige Box, wo wir in der Tat nur 6 Aktien drinnen haben und diese 6 Aktien setzen sich dann auch zusammen, das sind die Rockets aus EU-Land und den USA und die setzen sich zusammen mit je einer Aktie aus dem Dow Jones, aus dem S&P 100, dem NASDAQ 100, dem DAX 30, dem CACARON 40 und dem X-Index, dem niederländischen und diese 6 Aktien werden auf Basis einer einmonatigen Outperformance ihres jeweiligen Indexes ausgewählt. Hier war die Gesamtperformance jetzt im August bei minus 1,99% Die beste Aktie hier war die ASML Holding gewesen mit einem Plus von 1,64% Die schwächste Aktie war jetzt im August die Nike Aktie gewesen mit einem Minus von 10,49% Und auch hier dann das gleiche Kriterium, was wir bei jeder einzelnen Box dann auch anlegen. Auch dann von uns der Vorschlag, hier sehen Sie jetzt beispielsweise in dem Fall würden wir sogar alle 6 Aktien austauschen Gilead Science McDonalds Iduma Kering RWE und Galapagos rein und alle bisher drinnen also sprich Boeing, Nike Beidou ArcelorMintal Adidas und ASML die kommen raus Auch hier jetzt vielleicht von einigen die Frage ja Moment bei den anderen kommt auch Adidas rein jetzt kommt sie hier raus ja aus dem Grund weil jetzt hier bei dieser Box immer nur eine Aktie aus dem jeweiligen Index zugrunde liegt und da beispielsweise ist halt die RWE stärker als die Adidas somit kommt dann in dem Falle die RWE raus die Adidas raus und die RWE rein also Sie sehen ist auch vielleicht für Sie das Gute auch mal Sie sehen doch hier kommen die Emotionen komplett raus bei dieser ganzen Geschichte also hier legen wir eigentlich nur objektive Werte zugrunde da spielen die Emotionen keine Rolle deswegen heißt es dann hier ganz klar Adidas raus RWE hinein hier dann auch mal ein näherer Blick für Sie auf die Aktie der ASML Holding auch hier kurz ein paar Fakten für Sie zusammengefasst die 3 Monats Performance war ein Plus von 10% gewesen die Year-to-date Performance war ein Plus von 27% ja und wer ist überhaupt ASML Holding was machen die genau ist der weltweit größte Anbieter für Lithographie-Systeme für die Halbleiter-Industrie also wirklich 80% aller Chip-Hersteller sind Kunden von ASML also das ist schon einer der Global Player wir sind auch fast am Ende aber jetzt möchte ich Ihnen auch mal noch zeigen was Sie tun können oder auch wollen vielleicht um diesen Service mal in Anspruch zu nehmen von uns Sie benötigen zum einen mal ein Aktienkonto bei uns bei WH Self-Invest und dann können Sie einfach sich das Stockbox-Informationsblatt ausdrucken Sie kreuzen schlicht und ergreifend die Boxen an die Sie gerne hätten Sie unterschreiben und datieren das Blatt und fügen das Ihrer Kontoeröffnung bei das war's also Sie machen zwei Schritte quasi Sie öffnen das Konto und während Sie dann den Kontoantrag ausgefüllt zu uns schicken füllen Sie einfach dieses Blatt aus für die Stockbox legen es einfach unterschrieben und datiert und natürlich die Boxen die Sie gerne hätten fügen Sie dann Ihren kreuzen Sie an auf dem Blatt fügen das Ihrem Antrag mit bei und schicken es uns zu ich möchte Ihnen auch mal das auf unserer Homepage auch mal zeigen wo Sie das finden können beispielsweise das ist die Seite von WH Self-Invest hier haben Sie dann die verschiedenen Produkte beispielsweise die wir anbieten Sie sehen hier wir bieten an CFD Forex dann bieten wir natürlich an Futures und Optionen und natürlich bieten wir dann auch an echte Aktien und Zertifikate den Kontoeröffnungsantrag finden Sie bequem auf der Seite oben rechts Konto eröffnen Sie können das mittlerweile auch online tun bei uns das heißt Sie müssen nicht extra noch zur Post laufen und dort irgendwelche Anträge noch per Post verschicken wie es früher der Fall war sondern können das ganz bequem online machen klicken dann einfach hier drauf und hier haben Sie dann die verschiedenen Länder wo Sie ein Konto bei uns eröffnen können Sie suchen sich dann dementsprechend das Land aus dann in Ihrem Fall sehr wahrscheinlich Deutschland klicken dann drauf und dann haben Sie dann auch direkt schon den Kontoantrag hier ist er beispielsweise jetzt vor sich liegen und den können Sie dann ganz bequem ausdrucken ausfüllen und uns online zukommen lassen dann zu dem Thema Stockbox finden Sie selbstverständlich auch auf unserer Homepage Informationen und zwar unter dem Reiter Aktien und Zertifikate sehen Sie hier unten den Punkt der Stockbox Service dort klicken Sie einfach drauf dort bekommen Sie dann auch nochmals alles in aller Ruhe en Detail erklärt was ich Ihnen auch gerade erklärt habe und hier sehen Sie dann auch die Übersicht die Sie dann von uns auch erhalten können das bekommen Sie dann von uns per E-Mail zugesandt also hier unter diesem Reiter Stockbox Service finden Sie sämtliche Informationen bezüglich des Services den ich Ihnen gerade vorgestellt habe aber Sie sehen ja jetzt neben dem Aktien- und Zertifikatekonto neben diesem Stockbox Service der wirklich eine sehr einfache Art für Sie ist ein Portfolio aufzubauen und auch zu verwalten sehr bequem ist sehr transparent ist wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe eine sehr sehr hohe Zeitersparnis für Sie mitbringt und natürlich auch sehr kostengünstig ist für Sie bieten wir aber natürlich auch noch andere Produkte an wie Sie auf unserer Homepage sehen können wir bieten Ihnen einmal an natürlich den CFD und den Forex Handel wie auch den Handel mit Futures und Optionen zu sehr kostengünstigen Preisen mit einer sehr sehr guten Order Ausführung mit einem sehr sehr guten Level an Service den wir Ihnen bieten mit einem hervorragenden Support in deutscher Sprache von 8 Uhr bis 22 also von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends börsentäglich sind wir in deutsch erreichbar bei uns gibt es keine Warteschleifen telefonische Warteschleifen oder sonstiges sondern es klingelt zwei-, dreimal und es hebt ein Mensch aus Fleisch und Blut ab und hilft Ihnen bei Ihrem Anliegen den können Sie natürlich auch nutzen wenn Sie das Aktien- und Zertifikatekonto bei uns haben auch selbstverständlich wenn Sie den Stopbox-Service nutzen bleibt Ihnen immer der Weg mit uns direkt in Kontakt zu treten dann möchte ich hier Augenmerk auch drauf lenken auf das große Zusatzangebot was WH Self-Invest bietet wofür wir auch branchenweit sehr bekannt sind wir haben ein exzellentes Angebot an Webinaren und auch an Seminaren was wir den Leuten anbieten das finden Sie hier oben beispielsweise unter Webinare und Seminare hier rechts auf der Seite sehen Sie immer oben das sind die Gratis-Webinare da werden immer so die aktuellen sechs oder fünf angezeigt genauso geht es auch hier unten mit den Gratis-Seminaren weiter wo wir dann live vor Ort mit Leuten sprechen und reden Live-Tradings machen etc dort finden Sie das Angebot oder wenn Sie es mehr übersichtlich haben wollen tabellarisch aufgelistet hier klicken Sie dann einfach oben rechts auf Webinare und Seminare und dort finden Sie dann sämtliche Aktivitäten und Kurse die wir Ihnen anbieten selbstverständlich nach Datum sortiert hier ein kurzer Tipp von meiner Seite her an Sie für alle Menschen die heute aus dem Stuttgarter Raum zuschauen sehen Sie hier heute Abend den Punkt Trading Strategien für jeden Persönlichkeitstyp mit Dr. Raimund Schriek wir sind heute Abend in Stuttgart im Maritim Hotel das heißt in circa sieben Stunden geht es auch los in Stuttgart heute Abend dort werden wir sein seien Sie recht herzlich eingeladen es sind noch ein paar Plätze frei wenn Sie Lust und Zeit haben können Sie dort gerne heute Abend auch vorbeikommen und sich das anschauen also Sie sehen hier auch hier kann ich jetzt sehr lange weiter runter scrollen es gibt hier wirklich sehr sehr viel und ein sehr sehr reichhaltiges und vor allem auch ein sehr sehr informatives qualitativ hochwertiges Angebot an Webinaren und Seminaren was wir anbieten und sämtliche Fragen die Sie haben finden Sie die Antwort entweder hier auf unserer Homepage die eigentlich keinerlei Fragen offen lässt aber wenn doch Fragen sein sollten haben Sie natürlich jederzeit die Möglichkeit auch telefonisch in Kontakt zu treten mit uns oder auch per Chat oder auch per Mail für Leute die gerade jetzt ein bisschen aktiver sein wollen jetzt gerade im CFD Future Bereich empfehle ich auch gerne mal unsere Demo schauen Sie sich unsere Demo gerne mal an auf unserer Seite die finden Sie auf unserer Homepage auch ganz einfach indem Sie auf unsere Homepage gehen auf die Startseite whselfinvest.de und dort rechts oben einfach nur auf Demo klicken dann scrollen Sie einfach ans Seitenende runter und dort sehen Sie dann auch schon die NanoTrader Full Demo ist unsere preisgekrönte hauseigene Software und dort können Sie sich dann bequem aussuchen ob Sie gerne eine Futures Demo hätten oder eine CFD und Forex Demo hätten auch hier sei an dieser Stelle erwähnt es sind echte Daten echte Kursdaten die Sie auch bei uns in der Demo erhalten es gibt ja keinen Unterschied bei WH Self Invest in der Kursdatenversorgung zwischen einem Demo Konto und einem Live Konto bei uns es ist also der exakt gleiche Datenfeed also hier bei einer Futures Demo sehen Sie die Live Daten von der jeweiligen Börse von dem Kontrakt den Sie handeln möchten auch hier lege ich Ihnen sehr gerne ans Herz probieren Sie es aus testen Sie unsere Demo lernen Sie uns auf diese Art und Weise kennen ja ich bin jetzt auch fast schon durch deswegen nochmal hier für Sie meine E-Mail Adresse das heißt wenn Sie Fragen haben sollten nochmals jetzt zu dem Stockbox Service den ich Ihnen heute vorgestellt habe schreiben Sie mich gerne an per Mail ich antworte Ihnen gerne oder wenn Sie ein Coaching haben wollen in der Plattform sprich in der Demo die ich Ihnen gerade eben noch vorgestellt habe auch hier sprechen Sie mich an wir vereinbaren gerne einen Termin auch wenn Sie das Demo gerne haben möchten wenn Sie eine individuelle Beratung haben möchten melden Sie sich wenn Sie ein Konto haben möchten eröffnen möchten bei uns auch hier kann ich Ihnen anbieten melden Sie sich bei mir treten Sie mit mir in Kontakt ich hoffe Sie hatten so viel Spaß wie ich heute gehabt habe und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Restfreitag und ein hoffentlich schönes sonniges Wochenende in diesem Sinne Ihnen noch einen schönen Tag und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielen Dank